So, da war's die Zeit und heute gucken wir mal wieder nach meinem WR902AC hier, diesen kleinen Mini-Router. Und ich hatte ja schon angedroht, ich möchte das Ding gerne benutzen als USB-Server. Warum? Naja, die offiziellen USB-Server, die kosten meistens irgendwie so fast 100 Euro oder mehr. Ja, der hier halt nicht. Und für mich reicht das, was der hier kann. Ist natürlich nur USB-2 und ein relativ langsames WLAN, respektive LAN. Man muss halt bedenken, USB-2 kann, glaube ich, bis 480 Megabit, wenn ich richtig im Kopf habe, plus dann nochmal Paket-Overhead und so. Also da kommen wir problemlos über 500 Megabit, die wir da benötigen. Die kann der Router hier definitiv nicht. Aber ich habe auch nicht vor, eine Festplatte oder so dran anzuklemmen, sondern einfach nur eine Tastatur. Die hat nicht so viele Daten, das weiß ich. So, Voraussetzungen, was wir haben müssen, ist ein Gerät mit OpenWrt drauf. Ein Gerät sinnvollerweise mit einer USB-Buchse. Und Netzwerk muss schon eingerichtet sein. Wenn wir gucken, ich habe das Ding unter Wireless hier mit meinem Netz verbunden. Das heißt, der ist hier Client auf meinem IoT-Netz in dem Fall hier. Sehen hier unten auch schon, der ist verbunden. Hat ein Signal, 144 Megabit-Krechte aktuell hin. Ist jetzt im 2,4 Gigahertz, weil IoT und so. Ich glaube, mehr müsste drin sein, wenn man die Bandbreite erhöht. Aber das ist wieder an anderen Stellen dann hässlich. Und wenn wir hier gucken unter Interfaces, dann haben wir hier der CP-Client, haben eine IPv4-Adresse bekommen. Und sehen auch schon, dass hier Traffic drüber gegangen ist. Wenn wir das haben, kümmern wir uns mal um die zusätzliche Software. Dazu gehen wir auf System, gehen auf Software. Und da gibt es dann eine Liste mit Dingen, die man installieren kann. Zumindest bei mir. Wenn man das frisch macht, dann wird das wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. In dem Fall muss man ja einmal Update-Lists klicken. Und dann lädt er hier diese Liste runter. Was wir jetzt sagen können, ist nach USB suchen. Und ich sage ja schon, ich möchte USB-IP, also hohes IP durchleiten. Das ist eigentlich die schlechteste Variante, die man machen kann. Einfach, weil hier wirklich die kompletten USB-Daten von A nach B müssen. Und USB hat teilweise Timing-Sachen. Das heißt, da ist eine Menge Zeug, was schief gehen kann. Wenn man die Wahl hat, ist es besser, auf andere Sachen zu gehen. Das heißt also zum Beispiel ein Samba-Server oder sowas für Datei-Shares. Zum Beispiel ein Print-Server für Drucker-Shares. Ein Sane-Server für Scanner. Oder auch sowas wie Sertunet, womit man USB-Serial-Geräte, Arduino-Sensoren und Co. weiterleiten kann. Die haben den Vorteil, dass sie auf dem Router selber da die Verbindung zum Gerät terminieren, das ganze Timing da machen, direkt lokal. Und dann die Daten, die da rauskommen oder reingehen, übers Netzwerk erst schicken. Und die sind nicht so zeitkritisch. Hat man weniger Fehlerpotenzial. Ich will USB-IP. Dazu installiert man den USB-IP-Server. Klickt einfach auf Install hier hinten, wenn man es noch nicht drauf hat. Der fragt dann nochmal hier den ganzen Kram. Den brauche ich aber auch noch, um das benutzen zu können. Dann einmal bestätigen. Und dann installiert er alles, was man benötigt. Und kleiner Einwurf noch. Den USB-IP-Client. Windows-Client, den muss man auch installieren. Klingt erstmal nicht ganz so logisch, weil wir wollen ja nur Server spielen. Aber das Problem ist, das Serverpaket enthält wirklich nur den Serverdienst. Aber die Utilities, die wir brauchen, die Programme, um den Server zu konfigurieren und zu bedienen, die stecken im Client-Paket. Daher das. Sofern ihr noch speicherfrei habt, könnt ihr auch hingehen und USB-Utils installieren. Das ist eine ganz praktische Sache. Auch hier sehen wir, er zieht wieder ein paar Sachen, die bei mir aber alle schon drauf sind. Ich meine, ich müsste noch genügend Platz haben. Also probieren wir das mal gerade. Und das sieht gut aus, scheint er installiert zu haben. Das heißt also, wir sind jetzt im Prinzip vom Router her startklar. Was man allerdings im Hinterkopf behalten muss, für USB-IP gibt es jetzt hier keine GUI, dass man irgendwie schön klicken kann, wie bei anderen Diensten zum Beispiel. Aber wir haben eine Textkonsole, also begeben wir uns mal dahin. Was wir jetzt hier machen können, ist, wenn wir die USB-Utils installiert haben, ein LS-USB. Und wenn wir hier gucken, hier haben wir schon mal ein paar Geräte. Wir haben hier OHCI-HCD und wir haben ein EHCI-HCD. Das ist USB 1 und 2, glaube ich, müsste das sein. Das sind unsere eigentlichen Anschlüsse oder Controller auf dem Board. Und dann haben wir noch ein paar mit VHCI. Das sind virtuelle, sind ja schon USB-IP. Das ist, weil wir den Client installiert haben. Der versucht da jetzt hier USB-Hosts bereitzustellen, falls wir was anderes verbinden wollen. Was wir aber nicht sehen, sind Geräte. Ist auch soweit korrekt. Ich habe nämlich noch kein Gerät eingesteckt. Das mache ich jetzt mal. Ich stecke jetzt mal den USB-Kabel da rein. Und zack, wenn ich das jetzt nochmal ausführe, dann sehen wir hier, da ist was dazugekommen. USB-IT und so weiter. Blackmagic Design, DaVinci Resolve Speed Editor. Das ist so ein Schneidpult. Ist zwar jetzt von der kommerziellen Software, aber ich musste während Corona noch ein bisschen mehr schneiden. Und ja, da halte ich unter anderem Projekte damit. Und das ist für meine Zwecke eigentlich Overkill, aber manchmal kann man es benutzen. Was hier interessant ist, sind zwei Sachen. Zum einen der Wert hier. Das, was wir hier sehen, ist die sogenannte USB-ID. Die besteht aus zwei Teilen. Der vordere gibt den Hersteller an, also hier Blackmagic. Und die hintere ID gibt das Produkt an, also in dem Fall den Speed Editor. Das zweite, was für uns interessant ist, ist Boost 2 Device 3. Damit können wir uns merken, wo das Ding angeschlossen ist. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, der ist an Boost 2. Wenn wir verfolgen. Der ist also an OHCI-HCD angeschlossen. Können wir auch mit dem ESC gucken. Wenn wir das hier machen, sehen wir hier unten. Da ist ein neues Fullspeed USB-Device Nummer 3 über die OHCI-Plattform angeschlossen worden. Je nachdem, was man anschließt, kommen da auch noch viel mehr Zeilen, weil er direkt weiß, okay, das ist Serial, das mache ich so und so und so. Ich glaube, das hier müsste ein HID-Gerät sein. Und HID-Treiber habe ich jetzt nicht auf dem Router installiert. Daher sagt er nicht ganz so viel. Für uns interessanter ist aber, was USB-IP sagt. Also probieren wir das mal. USB-IP und USB vielleicht richtig schreiben. Und wir sagen mal List und minus L. L steht in dem Fall für Local. Wir wollen die lokalen Geräte auflisten. Wenn wir das tun, dauert es einen kleinen Moment. Und hier sehen wir jetzt. Er hat jetzt hier das Blackmagic Design Unknown Product. Die ist in jedem Fall relativ gut zuzuordnen, weil es das einzige Blackmagic-Gerät. Und im Zweifelsfall kann man es über die ID mit LS-USB nochmal abgleichen. Was interessanter ist, ist jetzt, dass die Bus-ID 2-1 ist. Wir hatten ja eben gesehen, sowohl D-Mask als auch LS-USB meinen bei, das wäre das dritte Gerät am zweiten Bus. Aber hier 2-1. Okay. Merken wir uns. Damit haben wir theoretisch schon mal alles, was wir brauchen, zusammen. Was wir jetzt machen, ist zwei Dinge. Zum Ersten sagen wir jetzt USB-IP. D, das ist der Demon für den Serverbetrieb. Und minus großes D. Das Starten dauert einen kleinen Moment, verschwindet im Hintergrund. Aber wenn wir PS-XA gucken, kann der hier nicht, PS gucken, dann sehen wir irgendwo, da ist er. Der USB-IP-Demon läuft im Hintergrund weiter vor sich hin. Also das ist auf jeden Fall etwas aktiv. Was wir jetzt machen, ist USB-IP. Das ist jetzt wieder das Client-Programm. Wir sagen ihn jetzt aber Bind. Damit kommuniziert er mit dem Server. Und wir wollen 2-1, diese ID, die wir eben gesehen haben, da anhängen. Enter. Info, Bind-Device und USB-Bus-ID 2.1 Complete. Jetzt LS-USB machen, ist noch alles da. Wenn wir D-Mask machen, sehen wir jetzt hier, ja, das irgendwie registriert. Müsste eigentlich immer funktionieren. Sollte es Probleme geben, guckt mal nach, welche anderen Prozesse und Treiber und so weiter euer Gerät da vielleicht belagern. Vielleicht die mal per Hand rausschmeißen, also RM-Mod oder sowas, kann manchmal helfen. Bei mir hat es jetzt direkt funktioniert und damit ist unser Router eigentlich fertig. Das ist zwar jetzt nicht rebootfest, aber wir wollen ja ohnehin erst mal nur testen. Also Client, ja, ich fange mal mit Linux an. Einfacher Grund, Linux wesentlich einfacher. Das erste, was wir natürlich brauchen, das ist USB-IP-Überraschung. Die meisten Distributionen, die haben Pakete dabei. Das heißt, wir laden das einfach, dauert einen kleinen Moment. Jetzt haben wir die Utilities und so hier. Aber wenn wir hier LS-USB mal machen, dann haben wir sehr viele Geräte, was uns eventuell ins Auge springt. Wir haben nur Root-Hubs und so weiter, aber wir haben keine virtuellen. Eben auf dem Router haben wir ja gesehen, da ist irgendwie so virtuelle USB-Hosts, wo wir was dranstecken können. Virtuell. Das brauchen wir auch. Dazu machen wir ein Mod-Probe und zwar auf VHCI-HCD. Das ist der Virtual Host Controller Interface irgendwas. Wenn wir das machen und nochmal der LS-USB machen, dann haben wir jetzt immer noch keinen, wo VHCI dran steht, aber ich weiß, dass er verbunden ist. Ich bin mir jedenfalls relativ sicher, dass dieser Bus 5 neu dazugekommen ist. Das müsste der eigentlich sein. Und nun, was wir jetzt machen können, das ist wieder USB-IP benutzen. Und zwar hatten wir ja eben List mit minus L für Local. Was könnte man wohl jetzt benutzen? Na, wie wäre es mit minus R für Remote? Da müssen wir ja noch eine IP dahinter angeben. Ich mache es jetzt einfach mal über den Ethernet-Port, den wir hier haben. Und das sieht gut aus. Das ist jetzt gefunden. Seht, dass hier Gerät 2.1 ist. Irgendwas von Blackmagic Design. Das kommt ja hin. Und das will ich jetzt verbinden. Und machen wir nochmal eine LS-USB. Nur um sicherzugehen, hier in meiner aktuellen Liste steht nichts von Blackmagic drin. Also, gucken wir mal. USB-IP. Attach. Remote ist die 1.1. Und B-Bus-ID war die 2-1. Haben wir hier oben ja gesehen. So, drücken wir mal Enter. Keine Ausgabe, aber LS-USB. Wenn ich das jetzt ausführe, dann haben wir plötzlich hier oben unser Blackmagic Design-Gerät. Und das Ding ist jetzt im Prinzip genauso bedienbar, als ob es an meinem Rechner hängt. Wie gesagt, das muss alles übers Netzwerk. Das heißt also, gerade alles, was zeitkritisch ist, so Webcams, Sound und Co., das kann relativ schnell kaputt gehen. Aber zumindest mal hier so eine Tastatur sollte eigentlich kein Problem sein. Ja. Gut, Linux abgehakt. Können wir ja Windows genauso schnell machen, oder? Ja, leider nein. Aber machen wir erstmal hier aufräumen. USB-IP-Port. Dann sehen wir alles, was aktuell angeschlossen ist. Wir sehen Port 0,0. Port in Use, Full Speed, 12 Megabit. Kommt hin. Blackmagic. Und dann machen wir ein USB-IP. Detach. Minus P. 0,0. Ist now detached. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, jetzt ist nichts mehr verbunden. Das heißt, das Gerät ist jetzt wieder frei. Und wir können es mit einem anderen Gerät bedienen. Ist auch etwas, was man immer im Hinterkopf behalten sollte. USB-Geräte können immer nur von einem Gerät verwendet werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr Rechner anschließen und die Tastatur auf allen nutzen. Mit USB-IP oder sowas geht das nicht. Mit Serverprogrammen, wie ich eben erwähnt habe, geht es teilweise. Ja, ich sage dir schon, für Windows wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Das hat damit zu tun, dass man unter Windows leider Treiber nur benutzen kann, wenn diese auch von Microsoft freigegeben wurden. Microsoft setzt dabei auf ein Zertifizierungsverfahren und das schließt Open Source mehr oder weniger aus. Wenn wir jetzt auf die Seite vom USB-IP-Projekt gucken, dann gibt es eine News von 2011, dass es glücklicherweise jetzt einen signierten Treiber von ReactOS gäbe. Und auch wenn wir unter Downloads gucken, dann gibt es hier ein Windows File Releases. Und naja, da gibt es im Prinzip eine Version 02, aber auch die ist von 2011. Vorwarnung, das, was hier drunter steht. Development has not been active lately. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn wenn wir hier mal gucken, seit 2012 gab es da keine Änderungen mehr. Da war irgendwas mit Windows 8. Naja, wir sind ein paar Windows-Versionen weiter. Ja, die offiziellen Clients, ich habe es mal probiert, hat nicht wirklich funktioniert. Das heißt, wir müssen auf etwas anderes zurückgreifen. Es wird dann teilweise auf USB-IP-D verwiesen. Das wird auch über den PowerShell-Store und so angeboten. Aber das kann leider nur Geräte von Windows exportieren. Das wird genutzt zum Beispiel für WSL und Co., weil Microsoft immer noch keine USB-Unterstützung hat für diese Sachen. Wir wollen aber ja Clients spielen. Aktuellstes scheint dieses USB-IP-Win von Cezanne zu sein. Und ja, dann würde ich sagen, das müssen wir installieren, oder? Ja, erinnert ihr euch daran, dass ich gesagt habe, man kann nur Dinge installieren, die Microsoft will. Und wenn wir mal runtergehen, dann sieht das auch sehr, sehr grausig aus. Nämlich Installation sagt er hier, ja, wir müssen mal hier so ein Zertifikat installieren. Und das soll Trusted Root, Certification Authority und Trusted Publisher sein. Und dann soll man noch über den Bootloader so Test-Signing anschalten. Es funktioniert, ja, aber ihr müsst euch im Klaren sein, jeder, der dieses Zertifikat in die Hand bekommt, der kann beliebigen Unfug auf eurem Rechner treiben. Also, wenn ihr diese Schritte durchführt, ist euer System eher nicht als sicher zu betrachten. Es gibt aber glücklicherweise da noch etwas aus der Hinterhand. Und wenn wir nämlich mal auf die Releases gehen, dann gibt es hier einen USB-IP 3.6-DEV-Pre-Release zum aktuellen Zeitpunkt. Der ist vom Juni 2022. Und, na, VHCI-Drivers can be installed with no-driver-test-mode. Das heißt also, die VHCI-Treiber, die wir brauchen, haben wohl eine Microsoft-Zertifizierung bekommen. Das heißt, das spart uns eine Menge Bauchschmerzen. Gehen wir mal runter zum Assets. Laden uns die kompilierte ZIP-Datei runter. Und entpacken die uns mal fleißig irgendwo hin. Zumindest, wenn uns der Explorer nicht schon wieder abstürzt. Ja, ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt, dass Windows toll ist, ne? Gut, hier sind wir. Wir haben unsere ganzen Sachen, unsere ganzen Dateien. Und was wir brauchen, das ist entweder die USB-IP VHCI oder die VHCI UDE. UDE, das ist, glaube ich, Universal Device Emulation oder sowas. Das ist das neuere System. Ist meistens die bessere Wahl. Klappt aber auch nicht immer. Um diese ganzen Treiber zu installieren, gibt es glücklicherweise eine Möglichkeit, das Ganze direkt fertig machen zu lassen. Dazu starten wir uns mal eine PowerShell und zwar mit Admin-Rechten. So. Gehen dann in unseren Ordner rein, wo wir die ganzen Dateien haben. Und sagen USB-IP.exe Install und wir wollen den UDM-Treiber. So. Driver installs successfully. Klingt schon mal gut. Im Prinzip können wir jetzt USB-IP nutzen, wie unter Linux auch. Das heißt, probieren wir mal List. Minus R und muss mal gucken, das ist ein anderes Netz. Müsste hier drüber gehen. Das sieht gut aus. Wir sehen hier unser Gerät. 2.1 Blackmagic. Joa, kommt hin. Dann machen wir mal ein Attach. Oder machen wir mal vorher gerade hier das Control Panel Center auf. Also seht hier, no Control Panels found. Und jetzt sagen wir hier Attach. Remote ist die IP. Und der Boost war der 2.1. Enter. Successfully Attached. Und im Hintergrund habt ihr eventuell schon gesehen. Hier ist es jetzt aufgeploppt. Da Vinci Keyboard. Ja, fast. Aber hier steht Speed Editor und es gibt sogar eine neue Firmware. Dann können wir jetzt hier über IP ein Firmware-Update machen. Klingt spaßig. Genau. Hier unten haben wir nämlich die Verbindung. Und wir sehen, hier gehen die ganze Zeit irgendwie so 12, 13 Megabit hin und her. Okay. Dann scheint er tatsächlich die ganze Zeit Daten hin und her zu schicken. Na gut. Gehen wir mal auf Continue und machen mal hier ein Firmware-Update. Das ist eine gute Idee. Ja, und irgendwie hat es dann doch noch funktioniert, wenn wir gucken, ist jetzt da. Und wenn ich hier an meinem Rad drehe, dann sehen wir auch, dass im Video entsprechend da der Playhead auch sich bewegt. Also, Ding funktioniert. Wir können also jetzt hier ein USB-Gerät holen, an unseren WLAN-Router anklemmen und übers WLAN zu einem beliebigen Rechner mit Linux oder Windows weiterleiten. Es gibt natürlich noch viel, wie man das jetzt optimieren kann, aber das ist halt je nach Anwendungszweck unterschiedlich. Zum Beispiel könnte man auf dem Router das Ganze in die RC-Local eintragen, das automatisch beim Starten kommt. Oder auch mit irgendeinem Demon oder UDEV oder sowas rumspielen, sodass, sobald das Gerät angesteckt wird, das entsprechend exportiert wird. Genauso am Client-Rechner. Da könnte man dann auch was einrichten, was dann überwacht. Okay, ist dieser WLAN-Router an? Und wenn ja, verbindet er oder versucht es immer wieder, bis das Ding verbunden ist. Und ja, gibt halt viel, was man machen kann. Aber das ist halt sehr systemabhängig und davon abhängig, was für einen Zweck man hat. Wenn man aber halt so eine Anforderung hat, kann es durchaus hilfreich sein. Wie ihr gesehen habt, ich nutze das hier aktuell mit diesem Schneidpult, einfach weil das weitergeleitet wird an einen Render-Server. Und ja, normalerweise arbeite ich einfach remote dann auf der Kiste, aber Remote-USB-Weiterleitung klappt halt nicht so ganz zuverlässig. Und da ist hier das dann eine schöne Art, wie man das machen kann. Es gibt aber auch durchaus andere Möglichkeiten, zum Beispiel je nachdem, was für eine VM-Implementierung ihr habt. Da wollt ihr vielleicht entweder nicht USB weiterleiten, weil ihr mehrere Hosts habt. Und mehrere Hosts für Ausfallsicherheit bringt halt nichts, wenn zum Beispiel ein Lizenz-Dongle an einem Rechner nur steckt. Oder auch, weil eure Virtualisierungslösung USB überhaupt nicht unterstützt und der Hersteller meint, das braucht man nicht. Microsoft. Na ja, in den Fällen kann dann auch hier so ein USB-Server hilfreich sein. Da hängt man dann die USB-Geräte, wie eben gesagt, zum Beispiel für Lizenz-Dongles oder so, dann einfach ins Netz rein und kann dann von jeder beliebigen VM da drauf zugreifen. Und das funktioniert durch Netzwerk halt auch dauernd noch, wenn ihr die zum Beispiel zwischen verschiedenen Servern hin und her schiebt und ähnliches. Wie am Anfang auch schon erwähnt, es gibt da auch Fertiglösungen, kann man einfach im Laden kaufen. Da hat man dann auch eine Box mit USB-Anschlüssen, die hat auch Netzwerk. Und ja, die haben dann meistens auch ihre eigenen Treiber dabei. Muss man dann natürlich schauen, ob das dann auch auf dem System der Wahl läuft. Meistens sind Windows-Treiber dabei, Linux-Treiber ist nicht immer gesetzt. Aber letztes Mal, als ich geguckt habe, da waren die durchaus so in Richtung 100 Euro und halt deutlich teurer als hier so einen kleinen WLAN-Router. Und dadurch, dass der halt auch mit 5 Volt läuft, könnte ich den sogar irgendwie in dieses Pult mit einbauen und dann mit einem Schalter aktivieren, deaktivieren. Whatever, viele Möglichkeiten. Das hier ist wie immer einfach nur so, zum zeigen, was geht, wie kann man da mit starten, da draußen ein fertiges System zu machen, das überlasse ich dann euch. Ich habe hier meine Sachen und die tun jetzt erstmal, was sie sollen.